Mein Kia wird unterstützt von der Diamant-Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. So, ich stehe jetzt hier neben dem neuen Kia Picanto 1.0 TGDI als Sondermodell Limited Edition. Von diesem Wagen gibt es nur 200 Stück in ganz Deutschland, extra produziert worden von der GT-Line, der Ausstattungsvariante. Ja, und bevor ich jetzt hier in die Details gehe, vielleicht für dich einfach mal vorab, was dich jetzt in den nächsten Videos erwartet. Wir erklären dir dieses Auto von vorne bis hinten, wie öffnet man es, wie schließt man es, was gibt es für Besonderheiten, zum Beispiel im Kofferraum, aber auch im Innenraum. Einfache Basics wie Einstellung der Sitze, aber auch die komplizierten Dinge, wie beispielsweise die neue Navigation, die auch hier verbaut ist, die neueste Variante. Ja, und das schauen wir uns jetzt alles in den nächsten Videos zusammen an. Ja.